Ein Geschäftsmann verliebt sich in eine Nutte und engagiert sie für ein Wochenende als seine Begleiterin. Sicherlich habt ihr erkannt, um welchen Film es sich hier handelt. Wenn ihr auch solche einfachen Sätze schreiben möchtet, um euer Buch zu beschreiben, dann seid ihr heute bei mir richtig. Willkommen zu Stressabbau durchschreiben und mein Name ist Claudia Bignon. Solche Sätze, die ein Drehbuch beschreiben, nennen sich Loglines. Diese Loglines findet man auch im Internet. Zum Beispiel bei Wikipedia finde ich eine sehr schöne. Von dem Film Findet Nemo. Ein überängstlicher Clownfisch muss die Sicherheit seines Riffs verlassen, um den Gefahren des Meeres zu trotzen, um seinen verlorenen Sohn zu finden, der im Aquarium eines Zahnarztes gefangen gehalten wird. So die Logline zu Findet Nemo. Und wie ihr schon wisst, gucke ich mir für meine Bücher auch immer gerne Dinge von Drehbuchautoren ab. Und heute geht es darum, was sind denn die Kriterien, um eine Logline zu erstellen, eine wirklich treffende Logline. Und ich bemühe diesmal Blake Snyder mit seinem Buch Save the Cat. Der hat sich zu dem Thema geäußert und das Buch gibt es auch im Deutschen. Und wer hätte gedacht, es heißt, rette die Katze. Wobei im Deutschen eine andere Katze drauf ist. So und Blake Snyder, der gibt uns vier Hinweise. Und der erste Hinweis, den finde ich am spannendsten, da geht es um das Thema Ironie. Und ich weiß nicht genau, ob ich es auch Ironie nennen würde, aber wenn wir jetzt mal zu dem Nemo gehen. Also die Ironie ist wohl, dass der verlorene Sohn in diesem Aquarium schwimmt. Dass einem Zahnarzt gehört oder die Ironie von Geschäftsmann und Nutte, die sich ineinander verlieben. Also das meint der Snyder damit. Und ich würde es mal mehr mit einer Widersprüchlichkeit umschreiben. Und wenn man so eine gute Logline hat, das soll quasi jetzt für euer Buch den Käufer animieren. Oh, da möchte ich mehr wissen. Also erstes Kriterium, Snyder sagt Ironie. Also ich würde es eher Widerspruch nennen. Zweites Kriterium, dieser Satz soll quasi das ganze Buch beschreiben. Also dass sich der potenzielle Käufer vorstellen kann, was geht denn jetzt hier ab. Also man kann sich wieder beim Nemo vorstellen, wie der jetzt da irgendwie sein Riff verlässt und im Meer rumschwimmt. Und es ist schon spannend zu überlegen, wie kann das denn jetzt sein, dass der da zu diesem Zahnarzt in sein Aquarium kommt. Also man hat eine Vorstellung, was in diesem ganzen Film abgeht. Auch dieser Widerspruch von Pretty Woman, von dem Geschäftsmann. Wie kann sich denn so ein gebildeter Geschäftsmann in eine Nutte verlieben? Könnte man sich fragen, das sind ja ganz verschiedene Welten. Auch hier ist dieser Gegensatz spannend und man kann sich vorstellen, welche Hindernisse jetzt diesem Paar wohl beschert werden in dem ganzen Film. Also jetzt die vier Punkte. Wir haben gesagt, die Gegensätze. In der einen Lockline muss der ganze Film thematisch irgendwie enthalten sein. Der dritte Punkt ist Kosten-Nutzen-Abwägung. Ist ja klar, dass sich der Käufer eures Buches auch Gedanken macht, ist mir das jetzt 10 Euro wert oder 20 Euro wert? Zieht mich das so in die Geschichte rein? Und dann gibt es noch den vierten Punkt und das ist der Titel insgesamt. Der Blake Snyder mit Save the Cat, der hat das Beispiel zum Beispiel mit Legally Blond. Legally Blond ist ja Blond ist blöd, sagt man ja im Volksmund. Und wie kann man jetzt legal blond sein und vielleicht doch intelligent? Also auch hier wieder so ein kleiner Widerspruch im Titel. Das animiert den potenziellen Leser, euer Buch überhaupt in die Hand zu nehmen. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Erstellen eurer Lockline. Lasst euch gerne auch im Internet inspirieren. Es gibt viele Seiten dazu und viel Erfolg. Ja, und last not least ist mir noch ein Nachklapp eingefallen. Und zwar sagt Blake Snyder, wenn du deine Lockline hast, dann probiere sie an anderen Leuten aus. Der geht sogar im Laden dahin, wenn er in der Schlange steht und sagt, hey, darf ich sie mal ansprechen? Und sagt denen diesen Satz und fragt die Leute, ist es okay? Wie finden sie es? Und lässt sich da Feedback geben? Und ich kenne das von allen Autoren. Man hat ja immer so ein bisschen sein Baby und möchte die Idee nicht so gerne herschenken. Und Snyder sagt, also wer Angst um seine Buchidee hat, das ist ein Anfänger. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.